Hallo Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Ja, wir sind hier am inneren Wall, wo wir das letzte Mal angekommen sind und würden, oder würden nicht nur, wir gehen hier jetzt weiter. So, zuallererst gehe ich mal direkt hier an die Mauer, denn wie man schon sieht, da vorne steht jemand von diesen, ja, Priesterinnen und die sind jetzt ein bisschen aggressiv. Okay, kann es vergiften, aber brauche ich gar nicht. Die Pfeile sorgen schon für alles. Ihn könnte ich aber vielleicht vergiften. Äh, er sollte nur noch runterspringen. Komm, 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 spring runter. Naja, okay, das war's. Dann wäre jetzt was dropped, bekommen wir es nicht, aber okay, er lässt nix. Nix fallen. Dann hole ich mir mal ihn hier. Komm mal her. Er sollte jetzt eigentlich hier vorne irgendwo, genau, da sollte er runterspringen und dann kommt er hier runter. Ja, komm, genau. Einmal runter bitte, damit ich Loot zur Not auch bekomme, wenn du was droppen lässt, aber... Nee. Was ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Kommt mir auch gar nicht bekannt vor, das Geräusch, also... Irgendwie komisch, aber naja, wir... Öffnen hier mal das Tor. Und dahinter ist, ja, nochmal so eine. Und tschüss. Und wie wir sehen, auch einiges an Eis. Das kenne ich, glaube ich, so noch gar nicht. Ich glaube, ich war hier... ...noch nie mit Eis. Denn, ja, wie man jetzt sieht, da sind ein paar Riesen eingefroren. Ein paar Truhen natürlich auch wieder. So, die mache ich auch wieder mit dem Bogen. Ja. Hat ja super geklappt. Mein Plan. Ich weiß gar nicht, ja... Nee, eine Mimik ist hier scheinbar nicht. Hier steht noch einer, deswegen wollte ich den unbedingt mit dem Bogen machen. Oh, da sterben wir relativ schnell. Uh! Dich habe ich ganz vergessen. Hallo, Freund! Und tschüss. So, hier liegt, glaube ich, nichts. Nee. Dann trink mal einen Schluck. Und gehen mal hier hoch. Ich weiß nicht, ob hier auf dieser Ebene ist keiner. Gut. Das ist gut. Getrocknete Wurzel zweimal. Und finster Geist von Heiliger Ritter Orheim. Ja. Ja. Der kommt hier aber noch nicht. Auch wenn ich mich gerade so umgeschaut habe, da bin ich nur nochmal sicher gegangen. So, da mal sie. Und da kommt der Nächste an. Oder die Nächsten. Ich wollte mich eigentlich rollen. Hat nämlich ganz geklappt. So. Aua. So, nochmal was trinken. Nein. Irgendwie verpeile ich das zweite Rollen immer. So, jetzt ging es mal. Ja, ich dachte, da schaffe ich es noch, aber leider doch nicht. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Ja, hier ist wieder alles voll Eis. Auch die da. Und kann ich schon mal verraten. Da in der Mitte steht eine Truhe. Die sieht man jetzt ganz leicht. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Da steht auf jeden Fall eine. Da oben kommen wir auch noch nicht hin. Da kommen wir später erst hin. Ja, und hier hatte ich das erste Mal das Problem. Denn das erste Mal, wie gesagt, das erste Mal, wo ich hier war, hatte ich das Eis schon weg. Das heißt, ich durfte die Riesen hier. Die durfte ich erst mal auch beiseite schaffen, um an die Truhe zu kommen. Hier hinten noch das Eis. Ja, war ja auch weg. Und konnte hier hinten noch weiter gehen. Und das hat schon so seine Zeit gedauert, bis ich dann endlich mal hierhin kam. Und in der Zwischenzeit hatte ich schon wieder was ganz vergessen. Dass wir invasiert wurden. Und das ist jetzt richtig gemein. Ich gehe nämlich jetzt nicht die Truhe aufmachen. Denn. Irgendwo Beiser Ist nämlich Ja, der Typ, der uns invasiert. Der hat sich nämlich einfach als Ähm Als Fass getarnt. Es gibt ja diese Ich weiß gar nicht, wie ich das war. Müll ich gleich mal nachgucken. Teile, womit man Ja, eigentlich wollte ich gleich runterlassen. Gott, bin ich gerade schlecht. Ähm Ja, womit man sich tarnen kann, beziehungsweise mit der Umgebung verschmilzt. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Rämms 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 Ah, jetzt werde ich das machen. Okay. Zweihändig ist auch noch. Ordnung. So, gibt es nochmal einen Backstep rein. 680 Schaden Macht nicht ganz so viel wie das andere, aber So Da hätten wir an Der kommt ja jetzt zum Glück auch nicht wieder Sollte er zumindest eigentlich nicht Nochmal schön ein Menschenbild bekommen Und jetzt können wir die Truhe öffnen. Das erste Mal war es nämlich das gemeine Ich habe die Truhe geöffnet und der kam von hinten an und Ja, hat mich ein bisschen weggeklatscht Silberner Talisman 10 Mal Ja, nun, jetzt schauen wir mal eben Was war das denn? Ach, ein Amulett Kloster Ne, es war irgendein Amulett, glaube ich Ja, Silberner Talisman war es Sogar Verwandlung, Verschmelzen mit Umgebung Ein winziger Talisman mit Nachbildungsmagie Verwendet ihn, um mit etwas zu verschmelzen Nutzt diesen Talisman, um euch vor Eindringlingen zu verstecken Bietet nur äußerst oberflächliche Tarnung Doch oft reicht diese bereits aus Haben wir ja gesehen Es hätte auch ausgereicht, wenn ich es nicht schon gewusst hätte So, jetzt muss ich mal schauen Wo sind wir jetzt? Hier Ah, okay, hier sind wir jetzt Gut, das heißt Wir müssen jetzt hier eigentlich weitermachen Aber bevor ich da weiter gehe Würde ich sagen Gehen wir nochmal zum Leuchtfeuer Setzen uns dran, um alles zu reparieren Die Estos nochmal aufzufüllen und Volles Leben zu haben Kann ja nie schaden So, dann Gehen wir mal los Ich überlege gerade Bin ich hier jetzt eigentlich komplett durchgekommen Seitdem ich hier ins DLC bin Ohne zu sterben Kommt mir auf jeden Fall so vor Äh, schreibt es mir bitte in die Kommentare Wenn Würde mich mal interessieren Also kommt mir auf jeden Fall so vor Und Bevor ich da reingehe Nutze ich mal eben das Fernglas Äh Oh, das war eigentlich die Fall Naja Und da wie man sieht Jetzt Mitte des Bildschirms Da sieht man so ein bisschen was Blaues Über dem Eingang da drüben Rechts neben der letzten Statue Neben dem Kopf War vorher noch nicht da Beziehungsweise eher gesagt Hat man vorher nicht gesehen War vorher auch schon da Aber Nicht sichtbar Entschuldigung Und Ja, jetzt könntest du wieder lustig werden Nein, eigentlich Okay Das war eigentlich ein Fehler Aber Okay Denn hier hat man erstmal einen etwas weiteren Weg vor sich Ja, neuer Bus Äh, neuer Bus Neuer Boss Ava, Begleiter des Königs Und da hatte ich anfangs Wirklich meine Probleme Ja, danke So, schnell ein Stück trinken Au Au, 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 au Okay Mal was trinken Ich glaub schafft man, oder? Ja Nein Uns Rollen vergessen Und das war zu früh So, jetzt nochmal aus trinken So Oh, oh Wir sollten weg Denn da kommen jetzt so Ja, man sieht so Eiszapfen Aus dem Boden Ja, bei dem Boss Sieht man nicht unbedingt viel Wenn ich ihn mache Denn die meiste Zeit Stehe ich wirklich Irgendwo unter ihm Oder so Ja, oder Neben ihm Was falsch ist Okay Das Das war ganz Ganz böse Ja, ist auch wieder Ich würde ihn Eigentlich am ehesten Mit dem Königlichen Rattenprüfer Vergleichen Aber ich finde Er ist noch ein bisschen Gemeiner Er springt noch öfter weg Man kann nicht so leicht Unter ihm bleiben Und Ähm Ja Ja, macht er aus der Entfernung Noch So die Ja, die Sprungangriffe Beziehungsweise Diese Die Zauberei Wo er Die Eisstacheln da Auf uns schießt Also er ist schon Eine Nummer Für sich Würde ich jetzt mal sagen Er ist auf keinen Fall So wie Ja, wie Ähm Der Rattenprüfer Vor allem nicht So einfach Obwohl der Rattenprüfer Auch nicht einfach ist So, nochmal verzaubern Und auf geht's So, und bei ihm Ist auch immer Ich bin mir nie sicher Ob ich nun anvisieren soll Oder nicht Aua Hab ich ganz vergessen Dass er das macht Und da hab ich mich Zu spät gerollt Und ich glaube Das ist jetzt schon Ein schöner Tod Ja Weil ich mich da schon Da schon wieder zu Früh gerollt hab Ja, auch mal Auch mal ein schöner Tod Ein Boss noch nicht mal getroffen Immer schön Immer wieder toll Na gut Neuer Versuch Hier werde ich außerdem Den Weg auch nicht rausschneiden Denn der Weg ist ja nicht so lang Man ist ja Innerhalb von ein paar Sekunden Ist man ja eigentlich da Und das rausschneiden Da ich ja jetzt aktuell Noch am Vorproduzieren bin Für die zwei Wochen Wo ich weg bin Das hier kommt ja Innerhalb der zwei Wochen noch Bringt das nicht Ja, was heißt Bringt das nicht so viel Schaff ich's eigentlich gar nicht Ähm Das noch zu schneiden Und alles Wird sonst ein bisschen eng Wir können mal schauen Was für einen Ring Wir noch anziehen Wir könnten vielleicht Einen Hartstallring Wieder anziehen Sehenring Müssen wir ja nicht unbedingt Ich weiß nicht mehr Bis zu welcher Statue man konnte Ich glaube bis zur dritten Konnte man Bevor er kommt Ja Sieht gut aus Genau Jetzt kommt er nämlich Ja Rollen Sollte gelernt sein So ich hole mal ganz schnell Unsere Seelen Ein Stück trinken Okay Schafft man sogar nur Nen Rennen Okay Ich dachte er stampft auf Okay Au Da stand ich noch falsch So jetzt mal ein Stück trinken Au Okay So jetzt mal was trinken Ja Da wollte ich noch einmal treffen Leider nicht geklappt Okay er macht das Nein Er ist noch in die falsche Richtung gelaufen So Okay Das war böse Nein Ja Wie man sieht Man darf sich nicht viele Fehler erlauben Sondern es nicht so schnell nacheinander Aber das darf man eigentlich bei keinem Boss Ja war das Problem Ich wusste nicht wo ich mich wirklich hinrollen sollte Eigentlich hätte ich mich nur auf ihn zurollen sollen Das hätte schon Geholfen Aber naja Es läuft Es läuft relativ gut Würde ich jetzt mal behaupten Gegenüber dem ersten Mal wo ich ihn gemacht habe Läuft es wirklich sehr sehr gut Weil da habe ich Boah Keine Ahnung wie viele Versuche gebraucht 20 locker Gut ich habe auch beim allerersten Mal Nach 3-4 Versuchen habe ich ihn auch gelassen Und haben dann Erstmal eine Zeit lang wieder nicht gemacht Da muss ich erst wieder neu reinkommen Beziehungsweise immer nur 3-4 Versuche gemacht Und habe es dann wieder eine Zeit lang gelassen Was nicht unbedingt gut ist Ja Ich lerne es aber auch nicht So was trinken Was machst du Was ist das Okay Ah zu spät losgerannt Beziehungsweise zu spät B gedrückt Zum Rennen Ja Das war wieder ein Fehler Jetzt mal was trinken Okay Was soll das denn werden Okay Und was soll das von mir werden Ja Ja wenn er so Sich so nach hinten zieht Sozusagen Dann sollte man lieber ein Stück weg gehen Ich schau mal ob man Jo Das geht Tatsächlich Einfach hinterhin stellen Funktioniert Okay Nein Ich wollte gerade sagen Er explodiert doch jetzt oder So was trinken Ah Ich dachte ich schoss noch einmal Zuzustechen So Ach Ja So Da kann man mal was trinken eben Okay Doch nicht So Jetzt explodiert er wieder Da trinken wir mal was Mach da die Druckwelle Sagen wir mal so Nein Ein Stück zu spät Okay Schnell was trinken Gut Nein 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 Ah Ich hab's gerade noch gesehen Wo ich mich schon gerollt hatte Verdammt Nein Da hätte ich mich zu dem rollen sollen So Und jetzt Komm Bitte nicht schlagen Danke Ja Zweimal stechen Muss nicht sein Nein Ja Das ist auch ganz böse Wenn man uns Schön ins Maul nimmt Okay Weg Und was trinken Ach Da kann ich ja wieder Ja Gut War nicht sehr schlau Okay Was trinken Gut dann nicht Ja Das war Schlecht Okay So Schon mal Schnell auf die Lebenssteinchen wechseln Wow Wo bin ich Ja Ab und zu Verliert man auch mal Die Übersicht Okay Schnell zu ihm Nein Ich dachte Er trifft uns nicht Nein Das war ein Fehler Da ich zwei genommen habe Gut Das können wir aber nochmal Einen reinkloppen eben Hier nehme ich auch lieber Einen Mehr als einen zu wenig Nein Komm Treff nochmal Ja Geschafft Schnell mal den Ring anziehen Wo ist er Wo ist er Da ist er So 102.960 Seelen Und Seele von Ava Begleiter des Königs Schön 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 So Mal eben Wenn wir hier drin sind Ein Menschenbild nutzen Und ich glaube Die Tür Bekommt man noch nicht auf Nein Öffnet sich nicht Von dieser Seite Okay Dann gehen wir weiter Zu diesem Ja Wunderschönen Schloss Übrigens schaut mal Das sieht schon krass aus Hier Aber Man sieht es auch noch Nicht so gut Weil überall Halt noch der Schneesturm ist So Und in der großen Kathedrale sind wir schon Und hier gibt es Direkt ein Leuchtfeuer Also Einmal entzünden Ab nach Majula Und Skill Damit wir hier nicht mit So vielen Seelen rumrennen Und Ja Nebenbei kann ich mal sagen Ich hab Ähm Moment Erstmal eben auf Skillen Konzentrieren Äh Entschuldigung Es ist gerade für meinen Hals Nicht mehr normal War nicht mehr schön Äh Zauberei Reicht es noch nicht Okay Schade Aber okay So Nehmen wir da Erstmal Ich nehme erstmal wieder Die Wurfmesser raus Die brauche ich eigentlich Eh nicht viel Giftiges Moos Kann ich auch erstmal rausnehmen Reparaturpulver Behalte ich mal noch drin Kann man immer gebrauchen Und da haben wir Das Ja Den letzten Bereich Große Kathedrale Aber hier haben wir immer noch Zwei Leuchtfeuer Also das ist doch noch ein bisschen was Aber wir gehen erstmal hier hin Und Gehen weiter Ja hier ist auch noch eine Truhe Aber die ist auch vereist Bringt uns also nichts Wenn das nicht geil aussieht Das finde ich richtig genial Jetzt noch in der richtig Weiß nicht Grafik von Lords of the Fallen Und los geht's Ja wir können sprechen mit Bevor ihr euch wundert Wer gleich spricht Es ist die da oben Dieser Nebel Das ist die da oben Ja hier ist die da oben Sie blieben in Angst, bis unser König, der Ivory King, kam. Mein lieber König, ein wahrer König. Es war mit seiner großartigen Säule, dass er eine Leyen-Lois und unterteilt die Spannung des Chaos. Aber der Chaos würde nicht sein, und der König hat seine eigene Säule. Inevitably, der König wurde in der Figur und in den Chaos geöffnet. Der Leyen-Lois wurde in der Zeit geöffnet. Its Leyen-Lois lost. Ich bin hier, um den Chaos zu retten, um meine Leyen-Lois' Willen. Vielleicht, ein Tag, er wird zurück. Ich bin hier, um den Kursen zu retten. Ich bin hier, um den Kursen zu retten. Ich habe nur ein Wunsch. Ich bin hier, um den Kursen zu retten. Ich bin hier, um den Kursen zu retten. Ich bin hier, um den Kursen zu retten. Ich habe nicht die Kraft, um mich zu retten. Ich bin hier, um den Kursen zu retten. Ich habe nicht die Kraft, um den Kursen zu retten. Ich bin hier, um den Kursen zu retten. Ich bin hier. Natürlich. Lass mich den Weg zum Chaos öffnen. Und bitte, mach alles, was du kannst. The Knights of the Lael Lois followed their lord into the chaos. But not one of them returned. The King's dutiful subjects waited patiently for his homecoming. But it was too long a wait to bear. The Knights of the Lael Lois awaited the leader. 101 guide them into chaos. Many of the Lael Lois, but not one of them, but the Knights of the Lael. Ja, während ich hier so rauslaufe immer. Wie gesagt, man könnte da runter gehen, mache ich aber nicht, denn das Eis ist verschwunden. Das heißt, wir könnten jetzt die anderen Wege nochmal, oder wir werden jetzt die anderen Wege nochmal gehen. Ein Behältnis-Schild, okay, schaue ich gleich mal. Um, ja, die Sachen noch abzuarbeiten, die wir durchs Eis nicht machen konnten. Und, ähm, ja, zusätzlich noch ein paar andere Dinge zu erledigen, nämlich den Rittern einen Anführer geben. So, das Behältnis-Schild ist ein, ja, Schild mit Zaubern, Parieren und Schlag. Ist vom Angriff her ein bisschen stärker, aber okay, ähm, was war das eigentlich nochmal hier? Konterstärke ist es ein bisschen schwächer, ansonsten hat es ein bisschen weniger Wiederstände außer Versteinerung, Fluch und Feuer. Aber körperlich und alles ist es nicht so toll. Haltung ist auch schlechter, wiegt dafür weniger. Aber, ja, ich werde es nicht nehmen. Okay, man kann es zusätzlich für Zauber nutzen, das ist das Schöne. Bältnis-Schild, der Schild stellt eine Priesterin aus Ilium Lois dar. Von ihm geht eine gewisse Hitze aus, die die Fähigkeiten des Trägers erhöht. Die Priesterinnen, die sich der Besänftigung mit, der Besänftigung der alten Flamme widmeten, gibt es nicht mehr. Ja, die die Fähigkeiten erhöht, ne. Ich weiß jetzt nicht, können wir mal schauen, wenn wir es jetzt, ja, es erhöht. Ja, mal drauf achtet. Ein bisschen unsere Ausdauer, ein bisschen unsere Trefferpunkte. Äh, wir können jetzt mal schauen, wir haben jetzt zum Beispiel 1688 und 146. Und jetzt haben wir 1027 und 147. Also, es erhöht alles ein bisschen, aber, äh, mir ist das, ehrlich gesagt, nicht wert. Ich weiß nicht, Schaden, 435, 302, 385. Äh, ja gut, ein bisschen, aber wirklich wert ist es mir das nicht. Besonders, da es nur 65 Prozent des normalen Schadens blockt. Da bin ich lieber 100 Prozent, äh, 100 Prozent... ...physischer Schaden, so. Ist mir ja lieber. Und wir gehen zum ersten Leuchtfeuer und ich sag nebenbei... ...vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. ...